Bonsoir? Ja, ich bin nämlich jetzt da. Also hier sind sie falsch, wir haben nichts bestellt. Äh, aber... Ich bin hier schon richtig, denn ich bin da. Chérie, da bist du hier. Pené, das ist Bonsoir. François, Pené, okay. Oh Mist. Woher kommst du? Wo sind deine Wurzeln? Ich stehe auf asiatisches Essen und auf Kung-Fu-Filme. Warum? Schämst du dich deiner Wurzeln? Nein, aber diesen Stempel zu haben nervt. Ich bin Franzose, ich bin kein Chinese. Darauf kommt man nicht gleich. Was ist Yuki? Ist das Hund? Ich werde Papa. Wie bekommt ein Baby das in den Mund? Keine Ahnung, versuch es doch mal selbst. Ein bisschen mehr, richtig fest. Einfach so? Das kommt auf die Brustwarte, Brustwagen. Das ist der Zeitpunkt. Zeitpunkt wofür? Ruf deinen Vater an. Was ist das für eine Story mit deinem Vater? Der bekam uns in die Haare, also bin ich abgehauen. Aber echt jetzt zehn Jahre, Kumpel? Seitdem wird er sich doch wohl beruhigt haben. Was hast du jetzt für einen Beruf? Ich bin Fotograf. Manchmal sind es halt Lebensmittel zum Joghurt. Du hast dein Ingenieurstudium hingeworfen wegen Joghurt? Papa! Ja, nicht gerade. Louis de Finesse. Halt die Klappe, Bruno. Warum lässt du mich immer das Gesicht verlieren? Nach dem Tod deiner Mutter haben wir alle gelitten. Und er am meisten. Lass es dir doch von ihm erzählen. Man kann unmöglich mit ihm darüber ledern. Immer sei zu kurz. Das habe ich nicht verstanden. Ich kapiere sie meistens auch nicht. Du sagst einfach ja, 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 ja und nix. Jetzt warte. Ich muss dir was sagen. Was willst du jetzt wieder? Ich werde bald Vater. Oh, was war? Papa, kannst du bitte lächeln? So dass man deine Zähne sieht. Ähm, lächle lieber doch nicht. Ich werde bald.